Bekanntlich ist die Heirat der schönste Tag im Leben. Ist diesem doch ein Sinn gegeben? Während der Mann für den Lebensunterhalt sorgt, unterhält die Frau das Leben ihres Mannes. Haushalt und Kinder machen sich schließlich nicht von allein. Na dann, der Mann mit einem Bärenhunger, wird dieser flink und tadellos versorgt sein. Lächeln nicht vergessen, der Otto hatte einen langen Tag. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Ähm. Ähm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020